Der 14. Juni hat auch in diesem Jahr ganz viele Frauen bewegt in Luzern und in der Zentralschweiz auf die Strasse zu gehen und sich für Gleichstellungsanliegen einzusetzen. Und wir haben uns heute hier betroffen, um zu schauen, wie organisieren wir uns, wie vernetzen wir uns und dass wir gleichgesinnte Frauen und Menschen auch, mit denen uns absprechen können und die Kräfte bündeln können für die Zukunft.